Da kommst du heute in die Pau? Ja. Wann geht der Lauf? Okay. Tick! Ah! 50 cent ich muss spannend 5 euro 100 euro 5 euro 100 euro so jetzt ist die frage ist es nach 100 oder ist da 5 wenn dann 500 ist nicht ich sehe das schon 50 cent wir haben 5 Euro gewohnt checkboard cool 5 Euro Quirly guten Morgen ihr Lieben ich wollte euch ja den Kalingen zeigen den ich vorgestern genäht habe bzw. habe angefangen zu nähen das ist der hier den kann man noch mit einer Kapuze nähen und mit so einem ganz breiten Kragen aber ich habe jetzt einfach mal die einfache Version genommen um zu gucken wie der so fällt also mir gefällt der so schön kuschelig und ich werde definitiv noch wahrscheinlich mehrere davon nähen weil einfach Kalingen das geht immer, kann man immer eben drüber ziehen oder was sagt ihr vielleicht noch so ein Gürtel drum schon überlegt, ob ich vielleicht so einen Knopf hier dran mache mal schauen irgendwie sieht man breiter aus, dass man eigentlich hier ist nein, egal da liegt mein ganzes Zeug rum wir wollen jetzt noch einkaufen fahren draußen regnet es eigentlich ist es super blöd hier zu fahren aber gut irgendwann muss man das ja machen so wir sind wieder zu Hause Muckimaus schläft Dominik macht gerade Mittagspause und ich werde jetzt für meinen Shop weiter ein paar Taschen nähen weil da noch ein paar Bestellungen gekommen sind aber jetzt sehe ich gerade dass ich das hier irgendwie schief geschnitten habe ne, sah nur so aus alles gut mal eben schauen ja, das ist die Kombi hier und die daraus werden jetzt Pfeil-Lof-Hex-Taschen in Größe Personal da hat eine junge Dame zwei Stück bestellt und die werde ich jetzt nähen ich bin aber eigentlich zwölf Uhr ja, zwölf Uhr zwölf Uhr so, die Taschen sind fertig genäht pünktlich ist auch die Lamia wach geworden die hat jetzt ein Stündchen geschlafen ich denke mal, dass sie wahrscheinlich heute spät Nachmittag nochmal eine Runde Powernapping machen wird ich habe auch schon das Mittagessen soweit vorbereitet heute gibt es Frikadellen mit Kartoffelpüree und Erbsen mit Möhrchen die Frikots sind hier habe ich schon fertig gemacht ich denke mal, in der halben Stunde werde ich anfangen, die zu braten und ja, guck mal, was die beiden da machen wir gucken mal, was die machen Fiefer zocken und Kind beschäftigen Papa ist Multitasking fähig ja, und arbeiten sogar gerade und arbeiten auch noch wir knabbern es gleichzeitig und du knabberst wieder an der Fernbedienung die Sonne scheint hier so rein überall sind komische Gedenksbumse ja ach ja, wir waren nicht beim Primark weil es heute Morgen so geregnet hat und da haben wir uns kurzerhand entschieden nach dem Zentrum zu fahren oder der Dominik hat das so entschieden oder vorgeschlagen entschieden hat er ja nicht erst nur vorgeschlagen und das haben wir dann auch gemacht waren da ein bisschen shoppen und ja weiß jetzt nicht, ob ich euch das jetzt zeigen soll oder nicht ob sich das überhaupt lohnt ich denke mal nicht oder? was sagt ihr? entscheidet ihr? lohnt sich ein Haul oder nicht? ich weiß es nicht war nicht viel ja, die Frikos kochen jetzt hier vor sich hin da gibt es Erd mit Möhrchen was ist das denn? Domi? ja hast du gesehen, dass im Garten die Lampe kaputt ist? das ist echt? ja ok ich bin da nicht daneben sondern die Frikos und man gerade war auch keine Flüge oder so ach ja es war gerade zu windig ne muss man reparieren im Sommer im Sommer ok das zeigt jetzt ist schönes Wetter das gibt es doch nicht, dass die Sonne jetzt scheint jetzt ist strahlender Sonnenschein aber windig ist es aber trotzdem siehst du am Gras das Gras geht voll ab wie das Hex euch macht es wird zu windig wenn man das sieht sieht ihr das? wie die wackeln? du bist schon essensbereit na? bist du essensbereit? ja? der Latte ist auch schon fertig der Latte hier wird alles in Superdosen serviert damit auch lustig runterfällt und Krasoffi-Couré habe ich erstmal rausgeholt das bekommst du heute durchgekauft und voll Frikos den Chöner macht hallo Händchen komm rein siehst du nass alles draußen ich habe heute nur eine Ausaufgabe auf yay und hat Lehrerin was gesagt wegen gestern den Ausaufgaben? die die jetzt wirklich ich habe alles richtig super und stolz auf sie was was der Paul ist sogar mit dem Entenheft durch was ist der? guck mal der Paul ist mit dem Daffinheft durch Egelheft durch und Entenheft jetzt kriegt er jetzt kriegt er das Froschheft jetzt kriegt er ein Froschheft? ja oh dann kannst du auch rumseilen hm? so Essen ist fertig ich habe sogar Speck in die Kartoffelpüree in das Kartoffelpüree gemacht ja sie sind ein kleiner Fleischfressner Dinosaurier überall Speck 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 und ich kratze mag ich das Essen das ist gut Gott sei Dank Speck 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 Überraschungseil Überraschungseil war schon halb aufgegessen ne war schon halb ich bin mal gespannt was da drin ist das ist das bei mir ähm das gehe ich irgendwie nicht ach wieder so zusammenbauen es ist so ja jetzt soll ich glaube ich was das ist habe ich recht ja so Blayblades guck Blayblades Blayblades ich mag die ich brauche auch Platz hier ne auf die Plätze fertig los ich muss üben du hast ja gar nicht die ganze Zeit geübt als ich aufgebaut habe dann musst du auch so spielen dass du sitzen bleibst und nicht aufstehst wenn du die ganze Zeit so machst dann zählt das ja auch nicht ja nein die Teile ne sitzen bleiben richtig sitzen bleiben von hier aus auch so bleiben auf die Plätze fertig los die Plätze und dann gehe ich und nach oben ja mhm das zählt nicht auf die Plätze jetzt bleib ich aber echt so Füße auf den Popo ich habe keine Füße hier ich meine Hände auf den Popo Hände auf den Popo auf die Plätze fertig los ah Hände auf den Popo Du bist du ganz ehrlich, du bist du? Ich bin ein Stereo! Du bist du? Ja! Du bist du? 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 Und was ist dabei? Vielleicht nehmen wir davon eins. Den hier? Den hier? Ja, den hier. Den hier? Zum Ostern. Zum Ostern, okay. Und Papierschwestern. Ja, das reicht von deinem Geld. Ja. Das du bekommen hast. Peppa, ich habe mich nie ausgesucht. Bitte, 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 bitte. Aber das ist der erste Teil, ne? Und wenn die? Das ist nicht die Papierschwestern, die du mit Mama geguckt hast, ne? Doch. Nein. Nein. Also es sind schon die, aber es ist ein anderer Film, der erste Teil. Ja. Wollen wir mal den zweiten geguckt? Kitchen A's. Die beige. Die wäre ja noch schön in meiner Küche. Oder welche Farbe würdest du nehmen? Auch beige. Auch beige? Was? Lila nicht so, ne? Nee, lila, nee. Gar nicht. Gibt es auch noch ein grün. Oder orange auch nicht. Nee, orange auch nicht. Die beige, die ist schon schön. Die beige? Nur 2,49. Die auch. Bau, bau. Oh, nee. Das muss es gerade noch geben. Ja, wir sind wieder zu Hause. Wir haben jetzt mittlerweile halb 8. Viel zu spät eigentlich. Wir haben die Kinder jetzt schnell bettfertig gemacht. Maria war total müde. Die hat die ganze Zeit geweint. Ich habe keine Ballerbuchs an. Und Dominika hat noch keine Ballerbuchs an. Da. Und Joanna kriegt jetzt Abendbrot. Und dann wird es auch sofort ins Bett gehen. Die hat auch gesagt, die ist müde und ihr Zahn wackelt. Ich denke mal, dass heute oder morgen früh vielleicht der Zahn rausfallen wird. Mein Gott, in dem Zimmer ist da richtig was los hier. Aber jetzt weiß ich auch, warum der Dominik unbedingt nach Mediamarkt wollte. Der alte Schlawiner. Ich hoffe, der mich schon mein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Der macht mich auf der einen Seite sehr glücklich. Auf der anderen Seite macht er mich älter als ich eigentlich bin. Wenn ich jetzt schon Geburtstag habe. Und zwar habe ich bekommen, ich zeige es euch jetzt mal. Eine Tüte Chips. Aber du bist ein Liebbarstes, ja. Ja. Nein. Walking Dead Teil 1. Nein, das ist auch nicht für mich. Sondern... Eine neue Cam. Ist das nicht toll? Ich freue mich. Ich freue mich. Heute Morgen 5 Euro gerubbelt. Und schon hatte die Spendierhosen an. Und schon hatte die Spendierhosen an. Ist doch klasse, oder? Ja, da habe ich schon mein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Ich freue mich. Da steht aber leer Karton. Ist der leer? Hoffentlich. Ist der leer? Ja, keine mehr. Und dieser kleine, wie heißt das nochmal? Schnäppchenjäger. Hat sie doch gar günstiger gekriegt. So zwei in einem. Ein tolles Geschenk und gespart. Grüß dich. Das mögen wir gerne. Ja. Alles gut? Ich werde das jetzt auspacken und die Kamera ist jetzt auch leer. Ja. Deswegen hoffentlich schaue ich das alles noch. Ich freue mich schon auf morgen zum... Bäh. Bin total aufgeregt. Ich freue mich schon auf morgen mit der neuen Cam zu filmen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage Adieu mit Ö. Bis morgen. Tschüss.